Und damit Cheerio, meine Lieben mit Pharma. Willkommen zurück zu Stardew Valley. So. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, was die einzelnen Fische angeht. Und manche werden wir erst im Frühling wieder bekommen. Leider. So. Ich habe, gefällt dir ein Geschenk. Emily. Ja, wie ihr seht, ich war wirklich fleißig, was Fischstabangel angeht. Traurig ist, es kam nicht ein einziges Mal ein... Ein... Ja. Ein Dingsfisch. Ein Tittenfisch. Da konnte ich leider tun, was ich wollte. So. Ähm. Erstmal die Fischkiste, denn wir haben auch Barsche gefangen. Und Barsche hatten wir bisher noch nicht. Deswegen tue ich die beiden Barsche jetzt auch hier rein. Ja. Gut. Ähm. Tigerforelle hatten wir auch noch nicht. Den können wir nämlich auch gleich für das Dings mitnehmen. Ich nehme auch die Nautilus hier rein. Und den Rest können wir eigentlich verkaufen. Wir haben Forellenbarsche hier sicher, ne? Ja, hier. Äh. 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 Thunfisch. Haben wir auch Thunfisch? Ne. Doch da. Heilbutt haben wir auch. Kaulbarn sowieso. Wollen wir gar keine Gedanken machen. Sardine auch. Heringe haben wir ja auch. Zwergwels haben wir auch. Ja. Hechte haben wir auch. Also im Grunde können wir jetzt eigentlich alles verkaufen sonst. Guti. Dann machen wir das doch einfach mal. Aber erstmal werde ich jetzt mal hier die Dings reinpacken. Und dann hier durch den Gründer. Da kommt. Dann diese tollen Köder hier. Ähm. Den packe ich weg. Nein. So. Dankeschön. Ähm. Ja. Den Rest verkaufen wir. Das andere müssen wir zu Gunther bringen. Hier ist noch die alte Angel. Die Vogelscheuche können wir gleich natürlich auch irgendwo hinstellen. So. Jetzt räumen wir erstmal auf hier. Da rein. 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 Ja. Komm hier. Zack. 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 Ich würde sowieso gleich Gunther noch den Seestern zeigen. Deswegen nehme ich das andere da gleich mal mit. So. Und wir werden uns bei Willi die anderen Dings kaufen. Um mal mehrere Bleigewichte. Weil ich habe gelesen, dass der Tintenfisch ein Absenker ist. Ein Absenker bedeutet anscheinend, dass der dann schnell auf den Boden wieder sinkt. Oder da ist es ganz gut, wenn unsere Leiste nicht springt, wenn unsere Leiste nicht springt, wie... Ja. Penny. Ach, wir haben alle Geschenke gemacht. Das ist gut. Der Wein kommt erstmal wieder hier rein, weil den nehmen wir ja für Dings. Und dann packen wir die hier rein. Und dann packen wir die hier rein. Und dann holen wir uns mal das Eisen da raus. Damit wir die vier Sprengler machen können. So, hier. Und dann das hier. Haben wir die neu vorgeschaltet, können wir die hier packen. So. Jetzt haben wir noch so eine Winterwurzel, die ich keinen Hans mehr brauche. So. Dann geben wir mal die vier Qualitätssprengler noch hier. Danke. Und die restlichen Eisenbachern packen wir hier rein. Ich meine, das ist eine Geode, aber hey. Trotzdem können wir die mal aufknacken. So, mal auf hier. Danke. So. 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 Perfekt. Perfekt, du Mundo. So, jetzt brauchen wir erstmal hoffenweise Sachen, um nachzufüllen. Einmal Weintrubbel für den Wein. Wir haben so viel Kram hier drin. Aber wir haben... Drei, vier. So. Machen wir viermal Hopfen. Einmal Wein. Einmal Wein. Und eins, zwei, drei. Drei, vier. So. Dann kommt der andere Kram hier. Stimmt, im Winter gibt es ja kein... Ähm... Keine... Bienen. So. Deswegen kriegen wir auch keinen Honig. So, dich nehme ich auch mal mit, weil ich habe dich gerade verkauft. Das war ein bisschen doof. So, wir fahren einfach jetzt mal. Ich glaube, wir machen jetzt auch mal einen Steinbruch. Das ist eine gute Sache. Oh. Ich glaube, hier im Steinbruch kommen ab und zu wirklich auch diese Vorkommen, wie ihr sie seht. Ich glaube, hier wäre eine Bombe eigentlich auch ganz... Was ist das denn da unten? Ein... Iridium-Iridium-Erz. Achso. Cool. So viel Kram hier. Hier sind sogar Amethyste. Family dabei. Yay. So. Also, bald können wir uns schon den ersten Dings machen, ne? Also, ich werde heute mal nicht angeln gehen. Das wird wahrscheinlich auch die Energie nicht zulassen werden. Dann mache ich angeln wirklich offscreen. Also, wir machen wieder so einen richtigen Angeltag, wie wir das einmal hatten. Dann mache ich das auf onscreen. So, so. Der Fluss voll zu trocken. Da unten siehst du... Da unten siehst du das Skelett und so. Wo ist denn die Brücke hier überhaupt? Ah, hier ist sie. Okay. Hier in diesem See soll es auch den Stör geben, den wir brauchen. Habe ich gelesen. Wir könnten es ja mal testen. Obwohl ja eigentlich... Erstmal lassen wir uns erstmal zu Clint fahren. Wir fahren jetzt erstmal zum Clint. Um die Sachen da aufzubrechen. So, hallo. Einige Ode, bitte. Ein Zwergenhelm wieder mal. Ratten wir auch schon. Ratten. Ratten wir auch schon. Hi. So, hi. Ja, ich habe was für dich. Und zwar einen Seestern. So. Jess, lass mich durch. Dann müsste ich, dann gehe ich jetzt auch nochmal kurz zu Willi, um uns ein paar Müslige bekommen. Alles klar. Um uns ein paar Dings zu kaufen. Ein paar Bleigewichte. Oh, die Fischfangfalle war zwar auch ganz interessant, weil die Fische sich tatsächlich nicht so sehr bewegt haben, wenn man die Maus, also wenn man jetzt nicht gedreht hat, sie eingeholt hat. Also wenn man die Maustaste, habe ich mal ab und zu... Also ich mache das ja, dass ich immer so drücke und dann kurz loslasse und wieder drücke und loslasse und so. Und das war eigentlich ganz gut, wie es aussah. Aber für den Tüntenfisch brauchen wir Bleigewichte. Ja, ich brauche mehr davon. Danke. Ja, das war's. Weil die Lachen gehen ja kaputt. Die gehen leider kaputt. So. Wir können auch einen der Fische, das ist der Katzenfisch, wir können den auch im Winter fangen. Allerdings muss es regnen dafür. Und im Winter regnet es ja nicht, dass schneit es. Bedeutet, man bräuchte eine Regentote. Problem ist, das Regentote, um Regen heraufzubeschwören, gibt es erst ab Sammelstufe 9. Und wir sind gerade mal Sammelstufe 6. Ja. So, wir gehen jetzt erst mal nochmal angeln. Irgendwie bestehen die letzten Folgen wirklich fast nur aus Angeln irgendwie. So. Und zwar packe ich dann den da rein. Die Restensichten lasse ich übrig für unseren Tintenfischfreund. Genau, das war ja hier was, dass ich... Kann man das kaputt machen? Also hier nicht. Es hat die Frage, ob man es auf der Mine, unseren Dings kaputt machen könnte. Auf unserem... Auf unserem eigenen Land. So. Wir testen mal. Ich hätte vielleicht die Fischsuppe vorher reinschlüffen sollen. Komm, wir schlürfen mal kurz die Fischsuppe. Ja rum. Und dann... Und dann... Versuchen wir es, einen Stör zu stören. So. Ich weiß auch noch nicht, was der Stör ist. Ob das ein... Ein Hüpfefisch ist oder ein hyperaktiver LSD-Fisch oder keine Ahnung. Treffer. So. Auf dem gibt es ja auch Regenbogenforellen. Deswegen... Also nicht doch... Kleines Fluss... Puh, ecker. Da, den da. Forellenbarsch. Danke. So. Ja. Wollen wir dann mal YouTuber Teil 3 machen? Ich habe in den letzten Folgen so über YouTube geredet. Über die YouTuber. Manche andere YouTuber. Ich hätte erzählt gehabt, dass mein erster Minecraft YouTuber damals Pongy hieß. Nicht Gronkh. Und der musste sich halt... Der hat irgendwann dann kanalfrustriert aufgegeben, weil die Leute ihn gerantet haben. Er würde alles Gronkh nachmachen und hast nicht gesehen. Das ist so... Irgendwie... Ja. Quatsch. Muss ich ja nicht gestehen sagen. Na. Komm schon. Komm schon. Yay. Noch ein Forellenbarsch. Er stammt im Bergsee. Ich kenne keinen anderen Bergsee. Das ist der Bergsee. Stör. Ich hoffe zu stören. Und komm. Und der kommt tagsüber. Also hier jetzt so. Im Winter. Und ich habe die beste Angel. Ich habe Köder dran und ich habe Angelausrüstung dran. Und ich habe eine Suppe geschlürft. Ich wollte den Schatz haben. Sorry. Pops. Und? Ein verlorenes Buch. Alles klar. Und ein Smaragd. Aber dieses verlorene Buch so nutzvoll noch ist, wenn das hier im Wasser gelegen hat. Ich mag das zu bezweifeln. Bobs. So. Nun go hier. Nun zeig mir doch mal hier jetzt ein. So. Ähm. Ich muss sagen. Ich muss ganz ehrlich auf dem Gestehen sagen. dass ich keine weiblichen YouTuber schaue. Weiß nicht warum. Aber ähm. Ich habe mal eine Zeit lang natürlich Kari geschaut. Hat sich aber auch jetzt gesenkt. Ähm. Eben so Blutkatze. Aber wisst ihr. Wenn man. Ich glaube das macht man dann einfach irgendwie am Ende auch nur, wenn man mit denen auch zu tun hatte. Sache ist ja. Ich war ja mit beiden befreundet gewesen. Und äh. Deswegen hat man sich das angeguckt. Aber. Das hat sich ja auch her mittlerweile. Lube Blutkatze hat sich ja auch wieder aus YouTube zurückgezogen. Spielt nur noch privatmäßig Minecraft. Alter was ist das denn hier? Klar. Okay. Ich glaube ich habe den Stör gefunden. Da frage ich mich. Wieso man gegen die Fische denn zurecht kommen. Muss man da echt Stufe 10 sein und keine Ahnung was? Ich glaube ich soll die Leiste vielleicht erstmal aufbauen. Bevor ich den Schatz mit versuche zu kriegen. So geht's auch. Ähm. Aber sonst. Nein. Dann. Was gucke ich sonst noch für YouTuber so? Wow. Ein Fischköder. Sehr schön. Ähm. So. Jetzt gucke ich mir jetzt zum Beispiel was FIFA angeht. Gucke ich mir da zum Beispiel der Hansus an. Den meide ich derzeit allerdings. Weil er schon FIFA 20 Karriere Let's Play zeigt. Und ich bin ganz ehrlich. Jetzt möchte ich das erstmal selber entdecken. Und zweitens möchte ich natürlich eine FIFA 20 Karriere hier auf dem Kanal dann auch machen. So. Das wird auch bei WWE 2K20 sein. Wenn ich hier auch wieder was spielen. So. Ups. Oh die nehme ich gerne mit. Kohle. Die nehme ich gerne mit. Ja gut. Gehen wir auf die Seite mal. Vielleicht ist das das Schöne. Jedenfalls. Ja. Bin auf 20er Karriere sehr 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 gespannt. Uah. Wie? Erzähl mir wie soll man diesen Fisch fangen? Das ist das gleiche wie beim Tintenfisch. Wie soll man so einen Fisch fangen? Ich glaube wirklich da müssen wir echt wirklich so auf Stufe 20 oder so in Stufe 10 kommen oder so. Keine Ahnung. Ähm. Jedenfalls. Bin sehr gespannt auf die FIFA 20. Auf FIFA 20. Weil die haben anscheinend echt massiv in der Karriere gebastelt. Und ja. Schauen wir mal ne. So. So. Ab nach Hause. Bin ja so viel Fisch gefangen. Am 7. Hatte diese Karolien Geburtstag. Ne. Müssen wir dann da am 7. Dann da auch richtig alles haben. So. Wir haben die ganzen Fische. Deswegen kann ich die auch alle jetzt behutsam verkaufen. Den Helm verkaufe ich auch mal. Weil brauchen wir auch noch nicht mehr. So. Der Rest kommt dann hier rein. Auch in die Dienstruhe. So. Ähm. Wie sieht es mit Iridium auf? Wie viele haben wir denn? Zwei. Okay. Fehlt uns noch einer. So. Irgendwann haben wir jetzt auch ein paar Schätzchen. Und ein paar Amitystri... Ja. Genau. So. Das wollte ich da reinpacken. Ähm. Die Pflaume auch. Den Topaz habe ich hier drin gelassen. Ich bin schlau. So. Hier. Topaz. Ach komm. Hier. Sie müssen die Regel auch noch. So. Und dann gehen wir jetzt schlafen. Obwohl. Warte. Ich will mal bei den Dings kurz vorbeischauen. Bye. 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 Hier. Ne. Sind im Winter anscheinend auch rausgeflogen. Unseren Silo. Genau. Wir können morgen mal eine Tour in den Studio Robin machen. Das ist eine super Idee. Um zu gucken wie viel zum Beispiel der Hühnerstall kostet. Dann können wir nämlich auch hotfacken gehen. Und wir können mit dem Angeln. Gute Nacht. Los. Fische Stufe hoch. Ne. Minenarbeit. Spitzack. Ne. Und wir können Gold machen. Alchemie. Alter. Hier. Fast 4000 durch Fische. Ja. Ja. Wenn man sich Mühe gibt mit dem Angeln. Ne. Trrrrrrt. So. Was sagt denn das Wetter? Schnee. 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 So. Wieder ein Brief. Ich habe etwas ungefähren. Anfrage. Könntest du sie geheim halten? Ich will, dass du Emily einen Amethysten vorbringst. Jetzt gibt es einen Stein. Sag ihr, dass er von mir kommt. Was? Würdest du dich an meine Frau ran machen? Ich glaube, es hackt. Dann soll ich ihr meinen, den letzten Amethysten geben, den ich habe? Ja. Okay. Meine Frau ist gut. Wie viele, wie viele, wie viele Dings machen. Alter. Wie viele Firma sind denn, wenn sie wieder aufgetaucht? Dann bringen wir Emily doch mal einen Amethysten. Gut, dass wir einen gefunden haben, ne? Beim Steinbruch. Fällt mir gerade mal so spontan ein. Und noch ein Buch. Ist dem Steinbruch jetzt wieder was Neues an Stein? Das wäre eine Frage sonst. Also, an Ärzten oder? Eine alte Puppe. Ich glaube, die haben wir aber auch schon bei Gunther, ne? Ja. Äh, Steinbruch? Ja, ich glaube, die kommen so nach und nach. Die vorkommen wieder. Wir müssen so jetzt warten. Es ist 7 Uhr erst. Und dann sind wir hier in der Nähe auch hier von Warburton. Das ist eine gute Sache. So, dann haben wir ein bisschen Stein halt. Also, die Kohle gibt es ja manchmal auch noch dabei. Zack, 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 zack. Können sich hier auch einfacher Erze wieder bilden. Boah, 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 boah. Boah, 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 boah. Boah, 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 boah. Schön ist, dass es ab und zu immer Kohle dafür gibt. Also, Kohle hört sich falsch an. Die Kohle einfach, ne? Zack, 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 zack. Muss sagen, es ist schade, wenn Leute YouTube auch mal aufgeben, weil es jetzt mal sich so läuft. Ich meine, guck mal bei mir an. Bei mir stacken hier die Zahl bei 1200 auch die ganze Zeit jetzt schon. Also, es ist nicht angewachsen mehr in den letzten Monaten oder sonst was. Aber ich mache hier trotzdem als Hobby, wisst ihr, weil es einfach Spaß macht. Klar, habe ich auch mal so Phasen, wie jetzt zum Beispiel bei Final Fantasy der Fall gibt, dass ich irgendwann keine Lust habe mehr auf ein bestimmtes Spiel oder so. Aber, weiß nicht. Einfach aufzugeben, ne. Ich meine, bei Pelopop, muss man ganz ehrlich sagen, das liegt einfach daran, dass er in World of Warcraft versummt ist. Und ich glaube, man muss sagen, dass ich so ein bisschen die Schuld mir auch geben muss, weil ich habe ihn ja damals eingeführt in die ganze Materie. Ja, das war jetzt aber nicht geplant, dass er dann YouTube auch hinwirft und dann nur noch WoW spielt. So war es nicht geplant, weil ich wollte schon mal wieder Solings mit ihm machen und hast nicht gesehen. Aber ja. So, ich meine Chicken Coop. Wir brauchen 300 Holz und 100 Stein. Alles klar. 300 Holz und 100 Stein. Ich glaube, Steine und... Weiß nicht. Beim Holz müssen wir gleich mal gucken. Hey, Sebastian. Kann ich die Sachen eigentlich auch verschenken hier? So, wenn ich sage, hier, komm mal hier, das schenke ich dir. Ich hasse das. Das ist schön. So. Boah. Ähm. Irgendwas hat ja auch ein Dings gefehlt im Haus, ne? Muss wir nochmal gucken. Den Halbvogel. Ähm. Genau. Morgen hat Caroline Geburtstag. De Caroline. Caroline. Jetzt bringen wir erst mal Emily ihr Geschenk. Ihr Geschenk. So. Hi. Hi. Oh mein Lieblingschein, du bist so süß. Der ist von wem? Oh, du hast ihn bei den Kling geholt? Ja, ja. Egal, wo er ist. Er ist schon in Deutschland. Danke dir, Knutsch. Ich habe einen Knutscher von Emily bekommen. Ja. Muss ich Kling jetzt auch Bescheid sagen? Also ich kann es jetzt gerne mal machen, weil wir da mit der Lore wieder fahren können. Nach Hause. Ah. Mein Dings juckt gerade. Meine linke Schläfer hat gerade ein bisschen gejuckt. Und das Problem ist einfach, dass ich mit links gerade laufe. Schon wieder ein rostig. Wie viele rostige Löffel gibt es denn hier eigentlich? Ich brauche eine CD. Wow. Hier. Was stelle ich für ein abschuldiges Geschenk? Schnauze. Gelegenlich frage ich mich, wie ich in diesem Ort gelandet bin. Also dich interessiert es aber gar nicht, dass ich gerade... Okay. Gut. Kriege ich wahrscheinlich einen Brief vornehmen oder so. Kann nicht mit uns reden. Er muss um Briefe schreiben. Das war ich nicht, die Löcher hier. Die waren schon so. So. Wir müssen definitiv die vollen Bäume hacken, meine lieben Freunde. Gehe ich ganz stark von Ort. Ja. Wir haben knapp 300. Aber wir müssen sowieso sammeln, sammeln, sammeln. Dann können wir beim nächsten Mal, beziehungsweise morgen, können wir dann die Dings in Arbeit geben. Was ist denn das hier? Gibt es nicht. Oh, da unten ist auch noch Dings. Okay. Moment. Dann gehen wir mal ins Wäldchen und hacken ein bisschen Bäumchen. So. Hi, Wald. Also seit der Wald überhaupt wieder neue Bäume? Das ist eine andere Frage. Weil wir ja hier auch schon fleißig am Holzhacken waren. So. Bopp. Die Verkäuferin ist nicht da. Nein. So. Dann wollen wir mal. Am, bam, bam, bam. Ein bisschen Bäume hacken. Wie gesagt, beim nächsten Mal werden wir uns dann definitiv den schicken Kupf holen. Dafür haben wir ja die Steinmauer da und so, Alter, schon vorbereitet. So, 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 so. Muss ich mal ein bisschen auf die Zeit achten, weil ich bin heute doch relativ spät aufgewacht. Da hat jemand überrascht gewesen. Bombs, 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 Bombs. So, wir haben noch genug Energie. Da sind noch Würmchen. Würmchen. Mit Clay. Alles klar. Hier gibt es auch noch schöne Bäume. Die können wir abholzen gegen die Natur hier. Bombs, 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 Bombs. Brr, brr. Und Leute, während ich jetzt hier furchtfröhlich weiter die Bäume abholze, würde ich sagen, beende ich die Folge für heute. Ja, ich werde dann danach nur noch schlafen gehen. Wäre super, wenn ihr ein paar bewerten könntet. Denkt auch an den roten Knopf, der, 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 roten Knopf von Stardew Valley. Und dann, wenn ihr Lust habt, aber auch wirklich, wenn ihr Lust habt und wenn ihr Bock dazu habt und wenn ihr das unbedingt wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und zwar, wie gesagt, werden wir uns beim nächsten Mal einen schicken Coupon bauen. Also, bis dahin. Bye, bye. 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 Bye.